Ja man Leute, ich muss das kurz halten. Meine Internetleitung hat sich gerade entschieden von 16 Mbit, für die wir bezahlen, auf 0,2 Mbit pro Sekunde runter zu gehen. Was dazu führt, dass ich das Daily News Video innerhalb von den nächsten 600 Minuten hochladen könnte. Was ich natürlich niemals machen kann, dass ich so lange die Leitung noch weiter runterziehen kann. Also das ist echt unmöglich. Und 600 Minuten, stellt euch das mal vor, ja. Das sind 10 Stunden. Und deshalb muss ich jetzt hier auch schon wieder Schluss machen, sonst kriege ich es nicht mehr hoch. Ich versuche die Daily News morgen zu machen, wenn es bis dahin mit der Leitung besser ist. Bis dann, ciao.